Herzlich Willkommen zu neuen Call of Duty Video Ich bin Black Ops 2 Scharfschütze Der Einsatz wurde autorisiert Kommt da einer Hier Umweg ist er Ich höre noch einen Dort hinten Boah erstmal nachladen Oh oh Kommt da einer Der ist da oben Nein Natürlich Jetzt wenn ich raus möchte Kommt da einer Feuer natürlich nicht Den haben wir Sehr gut Und ich gehe erstmal hier hoch Und nachladen Er kommt Und weg ist er Nein Yeah Ich habe ihn gerade noch Boah das war aber Glück Erstmal hier noch was schnaufen Der ist irgendwo dort hinten Nein Boah Ich glaube da kommt einer hoch Ja Boah Was habe ich heute für ein Glück Da kommt der nächste Ha da springt nützt hier nichts Nein Nein Na man Hier ist keiner Oder doch 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 Ah da ist einer Komm her Wo du auch bist Natürlich Jetzt kommt das Messer dran Ich sehe keinen Hier Natürlich ja nicht Nein Kommt der Ich weiß nicht wo die alles sind Hier Nein Yeah Nein ich habe keinen Doppelkill Nein komm her Komm her Ah Kannst du mal stehen bleiben Hinter mir ist keiner Doch Hier Jetzt aber Den habe ich erstmal getroffen So nächste Waffe Nein Natürlich Jetzt bin ich wieder getroffen worden Bleib stehen Das hat er sehr gut gemacht Da kommt noch einer Hier ist keiner Boah Ist mir stecken geblieben Die benutzen alle die andere Waffe So hier 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 Boah Hab ihn Sehr gut Erstmal nachladen hier Ich mag den Raketenwerfer nicht Boah Bleib stehen Sehr gut Boah Da 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 Hier Nein Wo Nein Ah man Ärgert mich ein bisschen Boah Nachladen Von der Seite Ist keiner Ich habe gerade einen gehört Ah hier Hier Komm schön hoch Ich höre einen Da kommt der jetzt hier hoch Ich glaube die haben alle Angst Boah Boah Schreck mich doch nicht so Äh Kommt er kommt Hier 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 ist er Sehr gut Nächste Waffe Mist die Armbrust Die mag ich nicht so Nein Das geht schon mal in die Hose Gar nicht gut Bleibst du stehen Ich habe ihn Was ich habe ihn doch eigentlich Der hätte er explodieren müssen Von der Seite Nein Boah Die Armbrust macht mich irgendwie ein bisschen verrückt Ja Habe ihn Sehr gut Nachladen Ich werde auf jeden Fall nicht mehr Erster Nein So jetzt aber Yeah Das läuft schon mal Nächste Waffe Und jetzt CMG Ich gehe mal aus dem Fenster hier raus Ist ja gar keine in der Nähe Die sind doch alle unten Boah der führt aber ganz schön Und ich bin tot So jetzt werde ich hier bespawnt Ganz hinten Da versteckt sich doch noch einer Komm zeig dich doch Ich warte doch nur auf dich Und Headshot Boah Yeah Ich bin dritter geworden Wenigstens einer von der Top 3 noch dabei Ich hoffe es hat euch gefallen Dankeschön fürs Zuschauen Dann wissen wir es haben In der nächsten Folge Call of Duty Black Ops 2 Bis dahin ich bin dritter geworden Ich meine dritt